Hallo zusammen, mein Name ist Julio und ich bin Lehrling im dritten Lehrjahr in der Rüsterei und das ist mein Tagesablauf. Kommt mit! Mein Tagesablauf am Morgen in der Rüsterei fängt an um 20.30 Uhr an. Dann vorbereite ich alles für den Service und dann schicke ich von 20.30 Uhr bis 20.00 Uhr. Ich mache Zimmerstunde und dann nochmal Service bis 20.00 Uhr. Was mir am besten in der Rüsterei gefällt, ist die Teamfähigkeit, die wir hier haben, wie wir uns alle gegenseitig helfen und dass wir immer bereit sind, neue Sachen auszuprobieren. Die Fähigkeiten, die man als Koch bringen muss, sind sicher durch Katosvermögen, viel Motivation und man muss eine sehr kreative Person sein und viel Interesse am Lebensmittel haben. Ich habe meine Lehre bei der Rüsterei angefangen, weil ich sonst nirgends so gut geschnuppert habe wie in der Rüsterei. Ein sehr gutes Team und ich habe viel zum Lernen hier und es wird alles frisch gemacht und ausgemacht. In meiner Lehre als Restaurantfachmann sehe ich in den Bereich der Gästenbetreuung, der Bar, Essensausgabe und bin mitverantwortlich für die Sauberkeit im Restaurant. Ich mache meine Lehre bei der Rüsterei, weil es durch die Brunch und die Events sehr vielseitig ist und ich sehe auch in die Küche hinein. Wenn du hier deine Lehre machen möchtest, bist du offen, sprachbegabt und hast Freude am Menschenkontakt. So, das war ein Alltag bei uns in der Rüsterei. Wenn dir das gefallen hat, dann bewirb dich doch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.